Mein Name ist Frank Weber, ich bin Tierheimleiter hier in Hamburg im Franziskustierheim, bin jetzt 50 Jahre alt, erschreckenderweise, leite das Tierheim jetzt seit über 13 Jahren und bin gleichzeitig auch noch zweiter Vorsitzender vom Bund gegen Missbrauch der Tiere. Das ist einer der größeren Tierschutzvereine in Deutschland. Wir betreiben hier 10 Tierheime und wohnen in Hamburg und haben einen tollen Job, der ein bisschen anstrengend ist, der aber auch viel, viel Freude bringt. Im Tierschutz arbeite ich jetzt mittlerweile seit 14, fast 15 Jahren. Nach dem Studium habe ich noch eine PR-Ausbildung gemacht, komme eigentlich aus dem Medienbereich und bin aber schon immer ein sehr großer Tierfreund gewesen, habe immer auch mal für Hundezeitschriften etc. geschrieben und kam dann auf Gut Eiderbichl. Ich habe Herrn Aufhauser, der ja Österreicher ist, in so einer Art Nationalheiliger in Österreich, dort einige Gnadenhöfe betreut, in seiner Anfangszeit mal im Fernsehen gesehen und fand es faszinierend, dass es einen Menschen gibt, der sehr reich ist, sehr wohlhabend ist und sich für Tiere und deren Belange einsetzt. Und das macht und nicht irgendwo auf seiner Yacht um die Welt schippert und habe mich damals bei ihm beworben und bin dann auf Eiderbichl in diesen Anfangszeiten seine linke Hand geworden und habe mich dann entschlossen, ja, auch beruflich weiter für Tiere da zu sein, weil ich denke schon, dass die unsere Hilfe brauchen, unsere Unterstützung brauchen und auch Menschen, die es nicht nur emotional, sondern auch ein bisschen rational. Tier wird im Tierheim abgegeben aus unterschiedlichsten Gründen. Wir haben jetzt keinen Fundtiervertrag mit der Stadt, das heißt, wir haben weniger Fundtiere. Wir nehmen auch mal welche, wenn die bei uns vor der Tür stehen. Meistens sind es Privatleute, die Tiere bei uns abgeben. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe. Ich würde mal sagen, einer der häufigsten ist so dieser nette Grund der Überforderung. Du könntest auch sagen, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, das ist mir alles zu viel und ich habe mir zu wenig Gedanken vorher gemacht. Es gibt aber auch sehr menschliche Gründe. Das heißt, dass jetzt eine Scheidung die Lebenssituation komplett verändert hat, dass Allergien auftreten, dass auch mit den Tieren Probleme auftreten, weil das Tier und der Mensch nicht wirklich zusammenpasst. Und wir nehmen auch einige Tiere oder recht viele aus dem Auslandstierschutz, auch aus Rumänien, aus Ungarn, auch aus Spanien, weil ich schlicht und einfach der Meinung bin, dass der Tierschutz nicht vor unserer Tür aufhört. Wir sind Europa, wir sind globalisiert. Wer ein Herz für Tiere hat und in die Augen der Tiere schaut, der sagt nicht, es gibt nur Probleme hier in Deutschland, die wir lösen müssen. Es gibt Probleme überall und ich will Tieren helfen, nicht nur deutschen Tieren. Ein Tier ist für mich ein Tier, das ist international und wenn sie unsere Hilfe brauchen, will ich auch versuchen da zu sein. Ein Tierheim ist grundsätzlich, wie man das so sagt, ein Heim, aber es ist im Positiven ein Heim, also nicht nur eine Verwahrungsstelle. Ein Tierheim hat sich sehr viel im Laufe der Zeit geändert. Für mich hat ein Tierheim auch die Aufgabe, den Tieren etwas zurückzugeben. In der Regel kommen die ja, weil es irgendwelche Probleme gegeben hat oder sie kommen aus sehr schlechten Verhältnissen. Wir nehmen die Tiere hier auf, wir versuchen ihnen ein möglichst optimales Umfeld zu bieten. Wir versorgen sie auch gerade tierärztlich, gucken, dass der Gesundheitszustand stimmt. Wir versuchen relativ gut zu analysieren, wie ist der Charakter des Tieres und dann ist unsere Aufgabe, ein wirklich gutes, schönes Zuhause zu finden für die Tiere, wo sie den Rest ihres Lebens auch bleiben können, weil darauf kommt es an. So schön wir das uns hier machen können für die Tiere, ein richtiges Zuhause können wir nicht ersetzen. Also es gibt natürlich die unterschiedlichsten Tierarten bei uns im Tierheim. Wesentlich Hauptaufmerksamkeit sind natürlich Hunde, Katzen und dann entsprechend Kleintiere, Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen etc. Aber wir haben hier auch eine größere Wildtierstation angegliedert jetzt seit einigen Jahren. Da kommt alles Mögliche, was in der Stadt so kreucht und fleucht, vom Uhu über das Eichwärnchen, über die Gans bis, was weiß ich, den Igel jetzt gerade so ein bisschen, wenn es in den Winter reinkommt, die von uns betreut und versorgt werden. Im Schnitt sind so etwa 250 Hunde, für die wir ein neues Zuhause im Jahr finden, um die 300 Katzen, nochmal so um die 200 Kleintiere und auch im letzten Jahr wieder hatten wir, ich glaube, 1200 Wildtiere, die wir hauptsächlich versorgt und auch wieder ausgewindet haben. Also wenn wir jetzt draußen sehen, dass ein Tier in Not ist, dass es dem nicht gut geht, gerade was Wildtiere anbetrifft, sollte man erstmal ein paar Informationen einholen. Gerade in der Jungtierzeit ist es so, dass jetzt Vögel Pflücke werden oder auch die Jungtiere die Nester verlassen und die müssen sich ja erstmal orientieren und müssen sich zurechtfinden. Und die Elterntiere kümmern sich in der Regel auch darum, nur es sind Wildtiere, die sind eher scheu, die sieht man nicht. Also wenn du jetzt irgendwo ein kleines Vögelchen da sitzen siehst, kann es sein, dass die Elterntiere ganz weit oben irgendwo im Baum sitzen und über Kilometer gucken können, was da drumherum ist. Und wenn zu viel Aufregung da ist, dann halten die sich erstmal zurück. Also da ist immer so eine Geschichte, mal abzuwarten. Wenn ich jetzt ein Problem mit einem Tier habe, sei das vom Vermieter her, Scheidung, was auch immer, und es ein neues Zuhause braucht, dann kann ich immer nur sagen, bitte, bitte, wendet euch erstmal ans Tierheim und verhökert die nicht irgendwo im Internet. Das ist jetzt sehr, sehr verbreitet geworden. Ja, da muss er nicht ins Tierheim. Ich habe ihn über das Internet angeboten. Da kommen die obskursten Leute, die man nicht geprüft hat, die man überhaupt nicht kennt. Und man kann nicht irgendeinem Wildfremden, der mir irgendeine Geschichte erzählt, sein Tier anvertrauen, weil man ist für das Leben des Tieres verantwortlich. Dann lieber gucken, ob man sie im Tierheim unterbringt, ob man hier Zettel aushängen kann, was auch immer, eine Sofa-Vermittlung machen kann. Man muss da seiner Verantwortung gerecht werden. Und klar, muss man vorher immer ein bisschen aktiv werden, ob das Hundeschule ist oder mal ein Katzentherapeut, was auch immer. Es gibt schon Wege und Möglichkeiten, die man erstmal ausgeschöpft haben sollte, bevor man sich von seinem Tier wieder trägt. Ich finde, es ist eine sehr, sehr lohnenswerte Sache, Tiere aus dem Tierheim zu nehmen, weil es natürlich Tiere sind, die eine Vorgeschichte haben, aber die auch eine zweite Chance verdient haben. Und es ist nicht so, dass im Tierheim nur verhaltensgestörte, sehr schwierige Tiere da sind. Die haben wir natürlich auch, keine Frage. Aber wenn man so einem Tier eine Chance gibt, gerade die, mit denen man wirklich viel arbeiten muss, die einem am Anfang, was schon vorkommt, auch Probleme machen, man lernt daraus. Man tut etwas Gutes, man tut dem Tier etwas Gutes, man tut aber auch sich selbst etwas Gutes. Leute, die am längsten rumzuckern mussten, bis es mit den Tieren funktioniert, haben auch oft eine besonders enge Bindung zu diesem Tier. Und ich finde, jeder hat eine zweite Chance verdient. Tiere sind kein Konsumartikel, wo ich jetzt sage, das kaufe ich mir da und dann stecke ich wenig Geld rein und dann läuft schon alles perfekt. Wenn man ein Tier bei sich aufnimmt, sollte das immer eine gegenseitige Sache sein. Das heißt, man sollte auch das Tier im Auge haben und es nicht als ein Gegenstand zu sehen, der jetzt ein bisschen die Familie aufpeppt und mit dem man das einfach nur problemlos integrieren kann. Man fühlt sich anders, wenn man etwas Gutes tut. Das ist eine tolle Sache. Und deswegen sollte eigentlich der erste Weg, wenn man sich ein Tier anschafft, erst einmal im Tier anteilen. Ich finde, der gesellschaftliche Umgang mit Tieren ist sehr ambivalent geworden. Zum einen hat man das Tier entdeckt als Umsatzbringer. Ich bin ja jetzt nicht mehr der Allerjüngste, wie gesagt. Und zu meinen Zeiten gab es drei Sorten Hundefutter und zwei Sorten Katzenfutter. Und das war es dann auch. Da ist eine Milliardenindustrie draus geworden. Das ist viel, viel Geld. Und man muss sich ja auch immer überlegen, was ist in diesem Tierfutter drin? Das sind meistens Tiere aus der Massentierhaltung und der Fleischabfall aus diesen Tieren. Also auch da sollte man sich überlegen, wie ernähre ich mein Tier? Es gibt auch ganz gute Alternativen mittlerweile, dass man zumindest als Basisnahrung auch ein vegetarisches Futter zum Beispiel bei Hunden gibt. Bei Katzen ist das schwieriger, weil Katzen ja mehr Taurin brauchen. Die sind ausgesprochene Fleischfresser. Bei den Hunden kann man das wirklich gut machen. Ich mache das mit meinen Hunden selbst auch. Die kriegen so einmal die Woche ein bisschen gute Dose dazu. Bisschen Fleisch. Der Rest ist aber vegetarische Ernährung. Also dieses ambivalente Verhalten ist zum einen, Tiere bringen Geld. Es wird auch viel Geld damit verdient. Zum anderen ist ein Hund oder eine Katze für uns alles wert. Und wir tun alles. Wir stecken alles in tierärztliche Versorgung rein. Wir versorgen denen Rollstühle, was weiß ich, auch immer. Aber für Tiere wie für Schweine, für Kühe, für die sogenannten Nutztiere, hat man eigentlich kein Herz. Da macht man sich keine Gedanken, wie die leben, unter welchen Umständen die leben. Und ich sage ganz klar, ein Tier hat eine Seele. Das ist keine Diskussion, sondern das ist so. Und es hat es verdient, ein zumindest einigermaßen artgerechtes Leben gehabt zu haben. Ich denke, es sollte sich im Bereich der Tiere schon vieles tun und vieles ändern. Also der erste Schritt ist, die Massentierhaltung abzuschaffen. So ist es eine ganz barbarische Situation, wie wir mit den Tieren umgehen. Und für mich echt ein Armutszeugnis einer zivilisierten Gesellschaft. Wir sollten endlich aufhören, die Tiere zu opfern in Tierversuchen. Wo auch nachgewiesen ist, dass die zu 90 Prozent überhaupt nichts bringen und nicht nachweisbar sind. Hier gibt es in der Medizin riesige Fortschritte. Nur wenn man sieht, dass in die alternative Medizin und in die alternative Forschung in dem Bereich gerade mal 6 Millionen an Fördergeldern jedes Jahr fließen. In die Tierversuche direkt, aber mehrere Milliarden. Auch da muss ganz, ganz dringend Umdenken da sein. Und es muss uns klar werden, dass Tiere keine Gegenstände sind. Dass sie unsere Mitgeschöpfe sind. Dass sie das Recht auf ein Leben haben, genau wie wir auch. Und dass der Mensch, der sich ein Tier anschafft, auf jeden Fall auch die Verantwortung für dieses Tier übernimmt. Und sich dieser Verantwortung bewusst sein muss. Das Bild eines Idealzustandes ist natürlich ein relativ paradiesisches Bild. Wir hatten das mal, sag ich mal, mit Abstrichen natürlich. Wenn man die früher schaut, wie Tiere auf Bauernhöfen gehalten wurden, indem sie auf die Weide gegangen sind, indem sie Frischluft hatten, indem man dem Tier auch einen Wert zugemessen hat. Auch ein Huhn hatte einen Wert. Man hat es hegen und pflegen müssen, auch wenn man dann die Eier genutzt hat oder das Tier später auch geschlachtet hat. Aber es hat einen Wert gehabt. Heute hat ein Wert, da hat ein Huhn aus einer Legebatterie einen Wert von, ich glaube, 20 Cent. Wir schlachten die, verwerten die in einem Ausmaß, das wirklich absurd ist. Davon müssen wir wegkommen. Wenn wir wieder ein bisschen back to the roots gehen, uns anders ernähren, verantwortungsvoller mit den Tieren umgehen und den Tieren auch Rechte einräumen und nicht sagen, wir können mit ihnen machen, was wir wollen. Wir töten sie, wir nehmen ihre Kinder weg, wir gehen mit denen um, als wären sie keine Seele und wären nur eine Sache. Das ist eine völlig falsche Herangehensweise. Wir müssen zu einer Welt kommen, wo wir uns gegenseitig achten, wo wir Empathie haben und wo wir gegenseitig Respekt voreinander haben vor Menschen wie vor Tieren. Und dann leben wir auch in einer besseren Welt. Wenn man ein Herz für Tiere hat oder vielleicht auch gerne, möchte, dass die Welt sich verbessert, gibt es ja viele verschiedene Ansatzpunkte. Das heißt, man muss auf sein Konsumverhalten achten. Man sollte gerade in dem Bereich wirklich sehen, dass man diesen Fleischkonsum stark zurückfährt, denn das ist eine ganz massive Umweltbelastung, die uns langsam tatsächlich auch die Luft abdrückt. Man kann überlegen, ob man bei Medikamenten schaut, was man dort benutzt. Man sollte die Tierschutz- und Umweltschutzorganisationen unterstützen, da auch mal eine Spende hingeben. Man kann wunderbar im Tierheim Gassegeher werden oder sich da auch mit Tieren beschäftigen, wenn man sich klar macht, dass man eine Verantwortung hat. Man kann vielleicht die Welt nicht auf einen Schlag verändern, aber man kann viel besser machen und jeder kleine Schritt ist wichtig und erzählt. Und das ist auch das Schöne bei uns am Tierheim. Wir haben ganz viele tolle, engagierte Leute, die hier auch so einen gewissen Lebensraum finden, in dem sie sich sehr wohl fühlen. Und das ist auch ein Lebensraum für die Tiere, wo sie sich wohl fühlen, weil man sich um sie kümmert und man fühlt sich selbst auch wohler, weil man weiß, man ist ein Teil einer guten Sache. Was mir tatsächlich auch noch auf der Seele brennt, da kommen wir wieder in diesen politischen Bereich, ist, dass ja in der Regel immer gedacht wird, die Tierheime, die werden ja von den Städten, Gemeinden, Behörden, werden die bezahlt und die kommen für die Kosten auf. Das ist leider nicht so. Bei uns mit zehn Tierheimen haben wir einen Schnitt von 10 Prozent, die Städte und Gemeinden übernehmen. Das heißt, 90 Prozent von den Kosten, die wir haben, die echt hoch sind. Weil du musst deine Leute bezahlen, du musst die Gebäude instand halten, die Tierarztkosten sind wahnsinnig. Und was wir an Vermittlungsgebühren haben, deckt nicht mal das, was wir in den Tierarzt reinstecken. Da würde ich mir sehr wünschen, dass die Städte und Gemeinden mal in die Gänge kommen und nicht sagen, die privaten Vereine haben 90 Prozent aller Kosten zu tragen, sondern wir übernehmen auch mehr. Und ich denke mal, zumindest mal 50, 60 Prozent ist eigentlich ein Minimum. Das heißt auch hier mal wieder die Geschichte auch bei der Politik. Ändert euer Denken, seht, dass Tiere auch was wert sind und dass wir den Tieren was zurückgeben müssen. Weil leider ist ein Großteil unserer Zivilisation darauf basieren, dass wir Tiere nutzen, Tiere ausnutzen und die haben es verdient, dass wir ihnen was zurückgeben. Jeder einzelne Frau.